Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Jagdmich und ihr seht schon, vor euch stehen Lightning McQueen. Das ist aber kein normales Auto, sondern ihr seht's gleich. Hey, genau, wir haben ein RC-Auto. Hey, lady, pass auf, oh shit, oh mein Gott, ey. Bin ich gerade direkt unter das Auto gefahren. Wir werden heute diese Folge mit diesem wunderbaren RC-Auto gegen einige Dinge fahren, wie zum Beispiel die Leute, die am Straßenrand stehen. Und was mir, ey, entspannt euch, ja, Jungs hier. Ich hieße mich alle gleich ankacken. Und es gibt noch ein geiles Highlight, ein neues Highlight, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar habe ich ein neues Intro, auch für Jagdmich. Ihr habt vor kurzem vielleicht schon, wow, 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 die Jagd-Uns-Folge gesehen, wo ich eben ein neues Intro habe. Und jetzt gibt's auch eins für Jagdmich. Deswegen viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich mit diesem geilen Flitzer Lightning McQueen in RC-Style. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das jetzt so gefallen. Das wird es jetzt immer geben in diesem Format. Was wir heute machen, ist einfach ein bisschen Chaos stiften. Das Auto ist wirklich so klein. Wir werden den Leuten ein bisschen um den Sack gehen, würde ich sagen. Hallo. Ja, ja, Jungs, pass auf, pass auf, hier, Lightning McQueen und so, ne? Don't fuck with it. No, no, no. Wurde die Pistole raus? Was ist mit ihm denn los, Alter? Habt ihr es gesehen? Sag mal, nicht so aggressiv, ist ein kleines Auto, ey. Spannend. Wow, 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 wow. Okay, wir hauen wir gleich hier, AKW durch. Oh, ja, jetzt steck ich fest. Ah, ah, ich stecke den AKW fest. Ah, noch ein Auto. Panik-Modus. Hey, hey. Los mit dem, mach doch nur ein Burnout hier mit meinem Kleinen. Hey, 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 hey. Unglaublich, hey, hier. Fand ich gleich das Schießen an. Was sind das für Leute? Da rennen sie alle weg. Ja, gut, es wurde auch geschossen. Was ich sehr nice fände, ist, dass ich wirklich super klein bin. Das bedeutet, ich kann auch echt entspannt unter LKWs durchfahren. Aber wir fahren mal hier raus, ein bisschen aus der Gegend. Was ich auch gerne ausprobieren würde, ein Zug. Mal gucken, ob ich da vorne unter dem Bus durchfahren kann. Wir cruisen ein bisschen. Ah, der ist nicht tief genug, oder? Ah, hier ist die Bahn. Okay, okay. Okay, Achtung. Und? Achtung. Ja, ey. Und? Boah, Alter. Ja, sehr flach, würde ich sagen, die Karre. Sehr flach. Komm ich hier unten durch. Ja, es funktioniert. Und der LKW natürlich bei den Klapps auf jeden Fall. Das ist genug, das stand da. Okay, wir fahren mal ein bisschen über den Gehsteig. Da drehen sie mal gleich durch hier. Was ist denn los mit euch? Ist das auch eine Waffe, oder was? Oh, oh. Der ganze Müll, der hier rumliegt. Jetzt schreien wir nicht so. Ich bin echt umgefahren. Ah, ich komme den Bordstand hier hoch. Komm schon, ein bisschen Gas geben, Ralf. Komm schon. Kann aber nicht wahr sein. Ey, Wahnsinn, ey. Dann fahren wir durch die Tankstelle. Wow. Das einzige, mein einziges Problem, was ich habe als AC-Auto. Ich habe nicht wirklich, ähm, viel Power. Ich kann, ich kann über der Gegend fahren oder unten durchfahren, wie ihr seht. Oh, hier bleibe ich natürlich hängen. Aber es passiert nichts. Also so richtig Action ist ja nicht. Aber wir können uns ja mal mit dem Trainer ein paar Waffen geben. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal ein bisschen C4. Damit wir ein bisschen Action in die Folge bringen. Ja, ist aber hier natürlich wieder drei Millionen Waffen hier. War ja so klar, ey. Ah, Granat, war bei mir von mit Granaten an. Schmeißen wir einfach mal das Auto drauf. Ich werde jetzt mit der Granate weg. Der hat wirklich auf dem Dach gehabt, habt ihr das gesehen. Hat keinen interessiert. Hat einfach keinen interessiert. Ralf schmeißt eine Granate, egal. Ah, ein bisschen weiter. Wir müssen wenig Power gehabt. Okay, fängt schon wieder an. Und? Ah, ah. Sehr gut. Wir wollen Explosionen sehen. Okay, und jetzt haben wir auch den... Wow, 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 alter. Was ist hier los? Hallo? Holy shit, ey. Wie die jetzt alle abgehen hier auf einmal? Ich verfolge mich an und schieße mich. Hallo, stopp mal. Hört mal auf damit. Ich bin ein kleines AC-Auto. Ich bin ein Lighting in the Queen. Wow. Das ist natürlich geil, dass ich und den Autos durchfange. Ah, das ist sehr knapp. Das ist viel zu knapp. Das ist viel zu knapp, was hier los? Oh shit, alles da. Okay, okay. Wir sind auf dem Highway. Da fahre ich noch immer ganz schnell. Warum sind die noch so ein AC-Auto? Ah. Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Granate, Alter. Wow, wow. Ich stehe direkt unter ihm. Wow, wow, wow. Oh shit. Nein, nein, nein. Dreh dich um, Auto. Dreh dich um. Der Typ, Alter, guck dich an. Mit dem Motorradhelm. Was ist denn los? Okay, das ist mein Haftbomb bei uns Auto, Bruder. Was hast du da vorne, ey? Don't fuck with Lightning Queen, ey. Das Auto ist auf jeden Fall super witzig mit dem zufrieden. Und es gibt auch sehr viele verschiedene Fahrzeuge. Also es gibt auch den Abschleppwagen. Es gibt auch so eine Tussi, der den Namen nicht vergessen hat. Da fahren wir natürlich hier unten durch. Und hier fahren wir auch unten durch. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Macht mega Laune. Mehr C4, Leute. Nette Explosion. Kann man gar nicht sagen. Komm, fahr jetzt nicht weg. Gott, ist der schnell. Jetzt muss man ein AC-Auto mal pippen. Ah, die Explosionen sehen aber heute auch wieder übern nice aus hier. Wow. Okay, das war heavy. Schon, ist schon echt abgefahren hier mit der Karre. Okay, hier mal rückwärts. Lightning McQueen. Viel zu... Ich meine, der macht seinen Namen gerade alle Ehre. Er leitet... Wow. Er leitet auf jeden Fall alles. C4 war eine gute Wahl. C4 war wirklich eine gute Wahl. Sie haben C4 auf dem Dach. Ja, wo sind denn eigentlich die Cops? Bin ich hart am eskalieren? Keine Cops, sondern nee. Ah, da sind sie ja. Hallo, Herr Polizist. Das war ein Durchfahren. Okay, wir haben nur zwei Sterne. Ich lasse die ganze Gegend explodieren. Hier haben nur zwei Sterne. Ja, dann müssen wir die Cops natürlich auch mal hier. Den müssen wir auch mal in C4 bringen. Gute Arbeit, Ralf. Gute Arbeit. Okay, drei Sterne. Uh, der Train. Das interessiert ihn so gar nicht. Mehr C4. Kann ich den überweg sprengen? Mehr C4. Au. So, und let's go. Nein, den Zug krieg ich nicht Platte. Nicht mal mit C4. Uh, LKW. Der schreit danach, weggesprünzt zu werden. Oh, vor der Leben überhaupt. Was nicht fällt. Sehr schön. Genauso in der Falle. Ja, die Cops peinlich so ganz, dass ich ihn... Oh, ja doch, die Cops peinlich. Okay, ich hab grad gedacht, nee, ich schneide es nicht. Und wow, einmal und durchgefahren. Jetzt drauf. Machen wir bitte Platz frei hier. Ich würde sagen, wir fahren mal runter. an den Strand. Das wird bestimmt saurwitzig. Wow, der Bordstein. Wobei, kann ich auch hier runter? Wo? Treppe. Dieses kleine Auto. Ich lach mich tot. Ah, ah, was ist hier los? Was denn hier jetzt los, Alter? Hallo? Dann noch gar nicht voll die Rolle hier. Wo die Leute hier sind. Erstmal weggesprünkt die Leute. Genau, lauft über die Gleise. Lauft über die Gleise, wenn ich ein RC-Auto verfolgt. Krieg ich. Ah, ich kann auch schießen. Okay. Die Flüchten einfach mal über den Zaun. Auch. So ein Geschrei hier, der Elke, unglaublich. Ey. Die Gleise kommt schon in die Mitte hier. Okay. Boah, okay. Das ist gar nicht so leicht, das Mini-Auto. Ah, ich fahre hier runter. Ich fahre mir hier die Treppe runter. Das ist auch so geil, dass man hier wirklich lang fahren kann. Ah, irgendwer hat auch nicht geschossen. Skandalös. Das kann ein löses Verhalten. Boah, ich würde nur an den Strand, Leute. Ich würde nur entspannt an den Strand. Ein bisschen mit mehr Gas hier runter. Ja, und wo? Nein, das bin ich gerade auf Wach gelandet. Aber da vorne. Ah, okay, cool. Kops neben mir. Ja, Kops. So, wie komme ich denn jetzt hier in den Strand runter? Ich glaube, hier ist der... Ne, warte mal. Jetzt ist es... Komme ich von hier aus auch rüber? Ich denke schon. Oh, nee. Ah, ich kriege den nicht. Verdammt nochmal. Ich habe auch ganz viel mehr. Ich flüße mich immer durch. Die Bordsteinkanten, die lassen mich immer abheben. Wow. Alter, der Kopp. Ab mit dir, ey. Oh Gott, was für ein Schießerei. Okay, ab an den Strand. Oh, mein Auto qualmt mein kleines AC-Auto schon. Ne, sieht nicht so aus. Okay, wir sind auf jeden Fall... Hallo, ob es ist. Sind auf jeden Fall in die richtige Richtung unterwegs. Oh, so knapp, ey. Gute Arbeit, Leute. Sehr gute Arbeit. Was ist das denn für ein Auto? Hier war uns das so pink. Wow. Kann ich das da reinschmeißen in die Granate? Ja, perfekt. Einfach mal auf den Parasitz geschmissen. Wow. Alter, hab ich diesen Bruce gesehen. Holy shit. Oh, eine Sprungstanz. Let's go. Oh, yeah. Alter, let's go. Oh, nice. Vor die Half-Pipe. Ah, ist nicht so ein kleiner Skate-Park hier in der Ecke schon, oder? Gucken wir mal, ob wir nochmal... Was haben wir denn hier noch zum Grinden? Na, da komme ich leider nicht hoch. Mal hier reinspringen in den Pool. Oh, nice. Okay, cool. Mal gucken, ob ich hier rein und rauskomme. Und, 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 und. Oh, shit. Voll drüber geflogen. Ich wollte schön wieder rein droppen hier. Hallo, nicht liegen bleiben. Reif, nicht liegen bleiben. Das ist ja ungünstig gerade. Ah, gib Gas. Okay, sehr gut. What the fuck, der Kopf? Vielleicht aggro, die Jungs. Leicht aggro, die Sägen. Oh, shit. Oh, Strand ist cool. Strand ist wirklich cool. Kleinen Sanddünnen hier. Ich hatte den Spaß meines Lebens gerade mit dem Fahrzeug. Hallo, Herr Polizist. Schöster Polizist. Dann fangen wir mal hier durch. Lässt sich auch so richtig, richtig cool steuern. Also, überhaupt kein Problem damit zu fahren hier. Und, boah, was ein Backflip, Leute. Was ein Backflip. Wie geil war der denn bitte? Der war ja mal awesome. Und, oh, wie ja. Ich hab's noch mal versucht, aber das hat mich genommen. So, wo sind die Cops? Hier direkt neben mir. Gut, dann haben wir ihn wieder rein. Ah, so viel Müll hier, ey. Jesus Christ. Wie soll ich denn da drüber fahren? So, wir machen mal kurz den U-Turn hier. Ich bleibe mal kurz stehen. Ich schau mal ganz kurz. Options. Riegel-Options. Alles gut. Gebt mal nochmal Max-Therz und Max-Armor. Mein Fahrzeug hat auf jeden Fall kein God-Mode. Ich glaub, die haben halt so ein Riesenproblem, um mich hier zu erwischen. Nicht schießen heute. Sonst geht hier die Luft. Lightning McQueen, ey. Funktioniert der Holy Shit. Ja, hier hab ich. Was hat das denn gerade diese Funken gesehen? Funkenluck in den Reifen. Leitend mit Greening. Abgefahren. What? Alter. What ist denn hier passiert? Nein, ich wollte. Ich brenne auch. Oh, so mit mir los. Mein Auto brennt, Leute. Mein Auto brennt. Ah, ich bin an Feier. Ich bin an Feier. Nein. Kann mein Auto auch explodieren? Ich weiß es nicht. Dann hab ich fahren jetzt. Boah, ja, es kann explodieren. Holy Shit, Leute. Hat das Spaß gemacht. Das war eine neue Folge, ey. Oh mein Gott, ey. Du hast ein Ge-Cruise. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Gebt noch verschiedene andere Fahrzeuge. Ich persönlich muss sagen, hatte ich gerade mega Spaß damit. Und ja, wir sind erstmal wieder hier safe am Kangenhaus angekommen. Ich bedanke mich jetzt zu gucken, wenn ihr Interesse habt. Auch ein Teil meiner Community zu werden. Kommt auf meinen Discord und mich ziemlich freuen. Und ich bin dann erstmal draußen. Ich bedanke mich, wie wir es so gucken. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Huia! Wolltet ihr schon immer mal für einen geilen Discord? Das war mit über 3000 Mitgliedern. Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freu mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.